Herzlich willkommen bei RAM Unboxed. Heute habe ich für euch Amerika, die Single dabei, die limitierte Edition, die erschienen ist am 6. September 2004, die ich einmal mit euch gemeinsam anschauen möchte. Ja, Cover, amerikanische Nationalflagge, Logo, Amerika, Rammstein, Till im Hintergrund mit einer Wumme im Mund. Dann auf der Seite erkennen wir Rammstein Amerika. Wenn wir umdrehen, haben wir hier auch die Tracklist, also wir haben insgesamt 8 Tracks drauf, plus Information, im Hintergrund irgendwie so ein Stall, ein Lasso und allem möglichen Kram kann man da erkennen. Wenn wir das gute Stück einmal aufmachen, kommt uns die CD entgegen, weil es uns dann auffällt, wenn es ein bisschen mit dem Licht wackelt. Das ist das Rammstein-Logo, Amerika. Wirklich eine sehr schöne CD. Und dann haben wir hier als Komplettbild einmal Till und Olli. Der eine hat irgendwie einen Trichter am Kopf, der andere Pistole. Hier oben auch nochmal ein Logo, Amerika, Rammstein. Ja, und hier die Fotos hier, die kommen uns ja sehr bekannt vor, von dem späteren Album Rosenrot. So, da kommen ja auch so diese Art von Bilder her. Aber so viel zu Single Amerika in der limitierten DigiPack-Version. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.